In dieser Gegend von Mali sorgt das Schweizerische Rote Kreuz für sauberes Trinkwasser, bekämpft die Ausweitung von Malaria und Aids, beugt Hungersnöten vor und betreut und berät Schwangere, Mütter und deren Kinder. Aber es gibt noch viel zu tun, viel mehr, jeden Tag. Es gibt keinen Tag ohne Not und Elend. Das Schweizerische Rote Kreuz braucht ihre Spende.